Kann ich eigentlich irgendwie helfen? Ich kann sich höchstens verpissen und mich in Ruhe lassen. Ich sag's wie es ist, Wasser läuft noch immer nicht. Ich hab jetzt so lange an den Rädchen gedreht, bis sie abgefallen sind. Mein Vermieter ist noch immer nicht rangegangen. Was soll ich machen? Sieht aus wie ein Klempner. Excuse me? Ich weiß nicht, was ich getan hab, aber... Das ist die maximale Stärke! Die Rettung. Hab ich davon eigentlich irgendwas kaputt gemacht? Kann ich eigentlich irgendwie helfen? Kann sich höchstens verpissen und mich in Ruhe lassen. Ich kann ihn ehrlich gesagt verstehen und hab mich dann auch verpisst. Aber ich hab zwischendrin immer reingelurrt, was er da eigentlich macht. Das ist scheiße. Nicht meine Schuld. Ich hab nen Hammer. Irgendwie geht jetzt gar nichts mehr. Das hört sich ein bisschen ungesund an. Oh mein Gott, ich muss ihn noch mal anrufen. Ja, das Wasser läuft jetzt gar nicht mehr. Ich dachte schon, du kommst gar nicht wieder. Hey, was geht's? Junge. Er hat dann noch den Duschkopf angeschraubt und hat mein halbes Badezimmer unter Wasser gelegt. Hey, du machst dir alles voll nass. Geh mal gleich zusammenduschen. Ja, und da mein Vermieter nicht erreichbar ist, muss ich das jetzt selber zahlen und ich hoffe, er zahlt mir das wieder zurück.